Danke, danke David. Ja, liebe Geschwister, wir wollen festhalten an dem Wort Gottes, an dem, was Gott zu uns gesprochen hat, was er uns offenbart hat. Das ist das, was wirklich Festigkeit und Sicherheit bringt. Und, wer ist ein Fels, wie unser Gott, so sagt es David im Psalm 18. Es gibt keinen anderen Fels, auf dem wir diese Sicherheit, diese Gewissheit, diese Ruhe finden, diesen Frieden. Und Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg haben das so erlebt, dass Gott ein Fels ist, auf dem ihr Leben sicher gegründet ist, bei all dem, was in dieser Welt alles schon passiert ist. Wir denken manchmal, das hat es noch nie gegeben. Aber unser Erfahrungsraum ist so klein. Wir wissen so wenig. Und ja, diese Maßnahmen, die jetzt im Moment ergriffen werden oder die Situation, die wir jetzt hier haben, die hat es in dem Ausmaß noch nie gegeben, seit 75 Jahren. Aber was war davor? Was für einen Ausnahmezustand hat auf dieser Erde und auch in unserem Land? Was gab es für einen Ausnahmezustand? Immer wieder gibt es solche Ausnahmezustände. Und das Wort Gottes spricht davon, Jesus spricht davon. Er sagt, zum Ende der Zeit wird das mehr und mehr zunehmen. Wir werden diese Dinge sehen und sie werden uns vor Augen führen, dass Gott dem Ganzen ein Ziel gegeben hat. Es gibt verschiedene Weltbilder. Es gibt diesen Gedanken, dass alles immer in einem ewigen Kreislauf ist. Das ist das östliche, hinduistische Denken. Alles ist immer in einem Kreislauf. Für immer und ewig. Aber Gott hat dem Volk Israel durch seine Propheten offenbart. Er hat es uns in Jesus vor Augen geführt. Gott hat die Geschichte gemacht. Er ist der Herr der Geschichte. Er ist der Herr der Welt. Er hat einen Anfang gemacht. Aber mit diesem Anfang hat er auch ein Ziel gesetzt. Wir laufen auf ein Ziel zu. Es ist nicht ein ewiges im Kreisrennen wie der Hamster im Rad. Sondern wir laufen auf ein Ziel zu. Das Wichtige ist, dass wir das richtige Ziel anvisieren, wenn wir laufen, wenn wir gehen. Es kann nämlich sein, dass wir plötzlich bei dem ganzen Laufen und tun und machen, was wir tun, uns plötzlich in einem Hamsterrad wiederfinden. Und vielleicht geht es dir gerade so. Dadurch, dass man so eingeschränkt ist, wird man auf das Wesentliche zurückgefahren und plötzlich merkt man noch viel mehr als das, was man vorher gemerkt hat, dass man in so einem Hamsterrad ist. Immer wieder dasselbe. Immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Aber Gott hat unserem Leben ein Ziel bereitet. Ich habe das heute Morgen in Psalm 39 gelesen. Es ist besonders schön in der Luther-Übersetzung. Ich habe sie aber jetzt hier nicht, gerade nicht da. Ich weiß nicht, ob es in der Elberfelder auch so ist. In der Luther-Übersetzung heißt es so schön, Herr, lehre mich, dass mein Leben das, Moment, dass es ein Ende mit mir nehmen muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Ich bleibe nicht, sondern ich muss irgendwann gehen, dann habe ich das Ziel erreicht. Und dann sagt der Psalmist in Vers 8, Und nun, worauf hoffe ich? Was kann ich noch hoffen? Dem Psalmisten ist sehr stark das Ende des Lebens, der Tod vor Augen. Und komischerweise betet er darum, dass er das mehr versteht und mehr begreift, dass es mehr in seiner Seele tiefer eingebrannt ist, dass dieses Ende kommt. Und dann betet er, was ist meine Hoffnung in dem Ganzen? Meine Hoffnung bist du, Herr. Ich hoffe auf dich. Ich harre auf dich. Und dann betet er, rette mich von allen meinen Vergehen. David weiß, ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade bei meinem Schöpfer, sonst werde ich das Ziel nicht erreichen. Ich werde das Ziel verfehlen. Und das ist der Begriff Sünde, ist Zielverfehlung. Unser Leben steht unter dem Vorzeichen der Sünde, der Zielverfehlung. Wir werden das Ziel verfehlen. Was ist dann unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung bist du, Herr. Jesus, du hast für uns das Ziel erreicht und du wirst uns zum Ziel bringen aus lauter Gnade. Aber Jesus zwingt uns nicht, er nimmt uns nicht an die Hand und reißt uns mit sich und schleppt uns mit sich, wenn wir sagen, nee, ich will aber nicht, ich will in die andere Richtung laufen. Ich will schön weiter im Hamsterrad bleiben. Ist so bequem, ist so sicher. Dann weiß ich, was kommt. Und Gott sagt zu uns, du Narr, du weißt nicht, was kommt. Jesus spricht von diesem Reichen, der so reich gesegnet ist und der sich seine Luftschlösser baut, der noch größere Scheunen bauen will, um seine riesige Ernte, die er eingefahren hat, noch mal da reinzupacken und dann wird ihm gesagt, du Narr, noch heute wird man deine Seele von dir fordern. Wir richten unser Leben auf die völlig falschen Ziele aus. Wenn wir jetzt in die Sprüche gehen, dann geht es um diese richtige Ausrichtung. Und das ist das, was Salomo seinem Sohn weitergeben will. Das ist das, was Gott uns als seinen Kindern weitergeben will. Hey, lass dich richtig ausrichten, lass dich richtig austarieren, dass deine deine Orientierung richtig ist. In dieser Welt gibt es so viele falsche Vorstellungen, so viele Irrwege. Lass dich ausrichten auf den richtigen Weg, damit du ans Ziel kommst. Gott will, dass wir ans Ziel kommen. Er liebt uns, er möchte, dass wir ans Ziel kommen. Und wisst ihr, in Jesus Christus haben wir so eine großartige Verheißung, das haben wir in den letzten Wochen uns angeschaut. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, durch Jesus Christus, dann hast du diese felsenfeste Sicherheit. Er hat dich in seiner Hand und lässt dich niemals los. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und doch ist es auch ein mit Jesus gehen, mit Gott gehen. Darin bist du sicher. Wenn du in seinem Wort bleibst, bleibt in mir und ich in euch, sagt Jesus, dann werdet ihr viel Frucht bringen, dann werdet ihr das Ziel erreichen. Und so wollen wir unter dieser Perspektive in die Sprüche hineingehen, als die, die gerecht gemacht sind durch Christus, die dazugehören dürfen zum Volk Gottes, durch Jesus, durch das, was er für uns getan hat. Aus Gnade hat er uns errettet. Das werden wir jetzt hier gleich sehen. In Sprüche 11 und Vers 17. Da steigen wir ein. Schlagt mal eure Bibeln auf. Ihr habt sie ja alle in eurem Bücherschrank stehen. Holt sie mal her, holt sie mal runter. Die meisten haben sie ja schon längst auf dem Tisch stehen. Und dann sucht mal die Sprüche Salomos im Alten Testament nach dem Psalmen. Da findet ihr die Sprüche und Kapitel 11. Da waren wir stehen geblieben. In Vers 17. Und da steht, es erweist der Gütige sich selbst Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Hier werden zwei Männer gegenüber gestellt. Im Urtext heißt es hier tatsächlich der Mann der Güte oder der Mann der Gnade, der Mann der Barmherzigkeit. Wir haben vor einigen Wochen über die Frauen gesprochen. Hier müssen wir mal was über die Männer sagen. Ein Mann, der gütig ist, der barmherzig ist, der gnädig ist. Er erweist sich selbst Gutes. Das ist wieder die Logik, die wir auch schon gesehen haben in den Sprüchen, immer wieder. Das, was du säst, das erntest du auch. Das ist ein geistliches Gesetz. Wir gucken uns das gleich noch mal genauer an. Aber nehmen wir erstmal diesen Begriff der Güte. Das ist ein Begriff, der ganz häufig vorkommt im Alten Testament, im Hebräischen, das Wort Chesed. Güte, Gnade. Dieser Begriff bedeutet, das etwas zu tun, was über das hinausgeht, wozu du verpflichtet bist. Etwas zu tun, mehr als das, was von dir erwartet wird. Und Chesed ist die eine der ganz wesentlichen Eigenschaften Gottes. Lass es mal dazu, 2. Mose 34, also lasst den Finger hier drin, wir kehren natürlich wieder zurück zu Sprüche 11, aber 2. Mose 34, Vers 6, einer der grandiosesten Stellen der Bibel, 2. Mose 34, Vers 6. Gott tut dort etwas, was er normalerweise nicht tut. Er ist der verborgene Gott. Er hat sich zurückgezogen, er hat uns rausgeschmissen aus dem Garten Eden, aus seiner Gemeinschaft. Wir haben nicht mehr diese intime, innige, persönliche Gemeinschaft mit Gott als Sünder. Aber diesem Mose, diesem Mann Gottes, der durch viele Jahre hindurch jetzt schon ein doch recht alter Mann ist er so gereift, herangereift, dass er tatsächlich auch wie ein Freund Gottes in Beziehung mit Gott lebt. Nach all den Enttäuschungen mit diesem Volk Gottes, was er aus Ägypten heraus erlöst hat, denen er diese wunderbare Ordnung gegeben hat, die aber nichts Besseres zu tun haben, als gleich nachdem sie diese Ordnung empfangen haben, gleich wieder dagegen zu rebellieren, aufzubegehren, dagegen zu sündigen. Gott ist enttäuscht und er sagt, ich habe keine Lust mehr auf dieses Volk und ich kann es verstehen. Aber Gott ist voller Gnade und deswegen trifft es genau sein Herz. Er ist derjenige, der das in Mose überhaupt erst gemacht hat, dass Mose so etwas tut, nämlich für sein Volk zu beten. Er ist derjenige, der das bewirkt. Er möchte nämlich gnädig sein mit seinem Volk, obwohl er auch zornig ist auf sein Volk. Beides stimmt. Und so erbittet Mose Gnade für das Volk und Gott schenkt dem Volk Gnade und Vergebung und Neuanfang und dann bittet Mose aus dem tiefsten seines Herzens heraus etwas und sagt Herr, ich möchte dich so gerne sehen. Ich möchte so gerne dich erkennen. Ich möchte dich sehen. Ich weiß nicht, wer von euch mal diesen Wunsch in seinem Herzen hatte, wer dieses Gebet mal gesprochen hat. Herr, ich möchte dich sehen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass eins meiner Kinder, als wir sie ins Bett gebracht haben, vor einigen Jahren, saß ich an der Bettkante und dann sagte dieses Kind, Papa, ich möchte so gerne Jesus mal sehen. Und Gott sagt, wenn du nicht wirst wie ein Kind, wenn du nicht wirst wie ein Kind, dann wirst du nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Und Mose wie ein Kind bittet er, sagt, Gott, ich möchte dich so gerne sehen. Und Gott sagt, okay, du kannst mich nicht sehen. Das wirst du nicht ertragen. Da wirst du nicht bestehen bleiben. Da wirst du vergehen. Aber ich werde an dir vorüberziehen und ich werde meine ganze Herrlichkeit dir offenbaren. Und das passiert hier in Kapitel 34. Da stieg der Herr in der Wolke herab, Vers 5, und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Jahwe, ich bin, der ich bin. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzend, sich und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. Das hat Mose so bewegt, diese Offenbarung des Wesens, des Charakters Gottes. Gott offenbart sich, er sagt, das ist mein Innerst, das ist mein Herz, ist mein Wesen, das ist mein Charakter. Und eins der wesentlichen Punkte, die hier genannt sind, ist seine Gnade. Seine Gnade, die sich zeigt in Vergebung. Gott ist gnädig, er ist voller Gnade und der Mann, den er gesandt hat, seinen Sohn, Jesus, wir sehen in ihm einen Mann der Gnade, einen Mann der Güte, einen Mann der Barmherzigkeit, voller Liebe und Güte und Hingabe. Er geht über die Grenze hinaus, über das hinaus, was zu erwarten ist. Ich nenne euch nur zwei Beispiele. Er kümmert sich um den Aussätzigen auf eine Weise, wie es in Israel nicht erlaubt war. Er ist zu dem Aussätzigen hingegangen, hat ihn berührt und geheilt, voller Liebe und Barmherzigkeit. Er war bereit, ein Risiko einzugehen. Ich denke an so viele Geschwister, die bereit sind, ein Risiko einzugehen und denen zu dienen, die krank sind. Die nicht zuerst denken, oh nein, ich will mich nicht anstecken, ich gehe lieber, bleibe lieber zu Hause, sondern sie gehen und machen den Dienst im Krankenhaus. Unsere Geschwister, die, ähm, das bewegt mich irgendwie, unsere Geschwister, die in Samaritan's Purse mit ihren Krankenhäusern in Italien oder in New York auf dem Central Park, ähm, ja, die haben sich freiwillig gemeldet. Die waren nicht verpflichtet, dorthin zu gehen. Das ist nicht das Pflichtpersonal im Krankenhaus. Nein, sie haben den Ruf Gottes gehört. Gott, ich habe eine Berufung, ich bin Krankenschwester, ich bin Arzt, ich habe eine Berufung, den Kranken zu dienen, jetzt in der schwersten Situation. Und es ist ein Risiko für mich, aber das ist egal. Ich gehe dieses Risiko ein. Ein Mann der Güte, ein Mann der Gnade, der Barmherzigkeit, der über die Grenze hinausgeht. Und lasst uns das bitte nicht, oder versteht das jetzt bitte nicht falsch, das, was ich jetzt sage. Es geht nicht darum, dass wir ähm, das sozusagen nehmen und zum Anlass nehmen, Gesetzesbrecher zu werden. Gott will, dass wir unser Fleisch kreuzigen und uns unterordnen, der Gesetz Gesetzgebung. Aber Gott will nicht, dass wir uns unterordnen, der Angst. Das ist das, was uns zurückhält vor Barmherzigkeit. Angst. Angst, etwas zu verlieren. Angst, am Ende als Verlierer dazustehen. Warum sollte ich mehr tun, als das, was erwartet wird? Warum sollte ich über das hinausgehen, was meine Pflicht ist? Was habe ich denn am Ende davon? Am Ende habe ich nichts davon. Und wenn du Jesus Leben anschaust, dann kannst du im ersten Moment, wenn du in dieser Welt, in dieser Weltsicht bleibst, dann siehst du das Kreuz und denkst, ja, der Gütige, der Barmherzige, der ist doch der Dumme. Und dafür sind diese Sprüche so wichtig. In diesen Sprüchen geht es ganz viel darum, dass Gott durch hier diese erzieherischen, einfachen, schlichten Sprüche uns deutlich macht, hey, Junge, lass dich nicht beirren. Es lohnt sich, barmherzig zu sein. Es ist, du tust dir am Ende selbst was Gutes. Der Nutzen ist nicht immer so, wie wenn wir egoistisch handeln, wenn wir selbst, auf uns selbstbezogen handeln, wenn wir zu unbarmherzigen werden, zu grausamen. Das scheint sich oft besser und schneller zu rentieren. Da hast du eine schnellere Rendite. Aber Gott sieht das Ganze nicht nur unter der Perspektive heute, morgen, die nächsten zwei Jahre, die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre. Nein, er sieht die ganze Sache unter der Ewigkeitsperspektive. Und da ist dann die Frage, was lohnt sich wirklich? Und Jesus ist diesen Weg ganz bewusst gegangen, er wusste, am Ende wird es sich lohnen, nicht nur für mich, sondern für uns alle wird es sich lohnen. Es wird Gott verherrlichen und es wird alle Menschen segnen und ich werde nicht am Ende als der Dumme dastehen. Jesus hatte die Freude vor Augen, deswegen hat er das Kreuz erduldet, so sagt Hebräer 12 das. Er ist diesen Weg gegangen, weil er wusste, am Ende wird es sich lohnen. Und das ist das, worüber Stefan auch letzte Woche gepredigt hat, was die Auferstehungshoffnung angeht. Wir wissen, dass es sich lohnt. Und das ist es. Dies Wissen darum, dass Gott der Sieger ist über alles Böse, über alles Finstere, über den Tod, alle Mächte, die zerstören und verderben. Dass Gott größer ist und dass wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Wer oder was kann mich trennen von der Liebe Gottes? Kann es das Leben tun? Kann es der Tod tun? Nein, nichts kann mich trennen. Keine Mächte, keine Gewalten, nichts hohes, nichts tiefes, nichts gegenwärtiges, nichts zukünftiges, nichts kann mich trennen von der Liebe meines Gottes. Von der Güte, von der Barmherzigkeit. Und wenn ich so beschenkt bin durch diesen Mann der Gnade und der Güte und Barmherzigkeit, dann möchte ich, dass sein Wesen in mir auch Gestalt gewinnt, dass ich auch umgeformt werde zu so einem Mann der Güte, einem Mann der Gnade, einem Mann der Barmherzigkeit. Und gerade wir Männer, Frauen haben genau dasselbe, die brauchen auch diese Veränderung. Nur, ich sehe hier, wird der Mann betont. Warum? Weil wir so schnell zu grausamen werden. Die Frauen sind es oft, die uns hindern daran, unsere ganze Grausamkeit zu entfalten. Sie sind es, die meistens die Nächte durchwachen für ihre Kinder. Sie sind es, die sich hingeben und dienen ihren Kindern. Wir sind es, die unsere Frauen und Kindern im Stich lassen und uns selbst verwirklichen. Uns eine jüngere Frau suchen, mit der wir Spaß haben können. Ist das nicht die Realität? Bei den Frauen gibt es das natürlich auch, aber wie ist das Verhältnis? Ganz ehrlich, wir brauchen das. Wir brauchen ein barmherziges, gütiges, gnädiges Herz. Ein Herz, das bereit ist zu lieben und über die Grenzen hinaus zu gehen. Und deswegen sagt Gott uns auch als Ehemänner. Lass uns das mal aufschlagen, Epheser 5. Epheser 5. Das ist so schön, wenn man jetzt schon in Kapitel 4, Vers 32 einsteigt, da steht, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Es ist Gottes Wesen und wir sollen es auch tun. Jetzt präzisiert er das nochmal in Kapitel 5, Vers 1. seit nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ja, wir sind berufen dazu. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, er hat uns seine Gnade und Barmherzigkeit gezeigt, er ist über das Maß hinausgegangen. Eigentlich haben wir den Zorn Gottes verdient, die Strafe, die Verdammnis. Aber in seiner Güte ist er hinausgegangen über diese Grenze. Entschuldigt bitte, eine Seite vorschlagen, Epheser 2, Vers 4, da steht es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Das sind wir, geliebte Kinder, aus Gnade gerettet. Wir haben einen barmherzigen Gott, einen gnädigen Gott. Das ist sein Wesen, die Gnade. Und er hat uns unsere Vergehungen vergeben, er hat sie hinweggenommen, Jesus hat sie am Kreuz getragen. Und jetzt in Kapitel 5 sollen wir Nachahmer Gottes werden. Wir sollen von ihm lernen, wie die kleinen Kinder sich abgucken, was Papa so macht. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlacht Opfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. In welchem Maße können wir Nachahmer Gottes und Nachahmer Christi werden? Wir können nicht mit unserem Leiden die Sünde der Welt hinweg nehmen, das können wir nicht. Aber wir können Zeugen sein dieser wunderbaren, großartigen Liebe Gottes in Christus Jesus, indem wir Zeichen setzen der Güte, Barmherzigkeit, Gnade, indem wir über die Grenze hinausgehen und das geben, was andere nicht erwarten. Dass wir das tun, was über unsere Pflichten hinausgeht, und jetzt guckt doch mal in Epheser 5 Vers 25 da sagt Gott genau das zu uns Männern. Ihr Männer liebt eure Frauen. Und zwar wie? Nicht nur gemäß der Verpflichtung, die ihr auf euch genommen habt in dem Ehebund, den ihr geschlossen habt, nicht nur laut Ehevertrag, nicht nur laut Gesetz, Dienst nach Vorschrift, sondern liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, über das erwartbare Maß hinaus, über die weltliche Verpflichtung hinausgehen, ein gütiger, ein gnädiger, ein barmherziger Ehemann sein. Da lasst uns mal drüber nachdenken, Männer, was Gott da für einen Wunsch für uns hat, was für ein Ziel er für uns hat. So wie Christus sich selbst hat kreuzigen lassen für uns, für seine Gemeinde, so bereit zu sein, als Männer die Last zu tragen, auf uns zu nehmen, für unsere Frauen, für unsere Kinder, uns vor sie zu stellen, ja, den ganzen, das ganze Abbekommen, die ganze Finsternis, die ganze Dunkelheit, den und dann unseren Frauen diese Liebe zu zeigen, diese Güte, die Barmherzigkeit, die Vergebung, Brüder, dass unsere Frauen gebadet sind in Vergebung und Gnade, das ist so wichtig, das ist Gott so wichtig, wir sollen Männer der Gnade, der Barmherzigkeit, der Güte sein, ein Mann der Güte, wäre das nicht gut, wenn das jemand von dir sagen würde, das ist ein Mann der Güte, ein gütiger Mann, ein gnädiger Mann, wenn eine Frau sagen würde, ich habe einen gütigen Mann, ich habe einen barmherzigen Mann, lass uns dafür beten und danach ausstrecken, dass Gott das in uns tut, und das ist es ja, es ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns, die Frucht des Geistes ist Liebe, Liebe, die kannst du nicht machen, da kannst du dich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, das würde ich gerne werden und ich streng mich jetzt ab heute richtig doll an. Ich sage dir, morgen sagst du, nee, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu nervig, das mache ich nicht. Lass uns zurückkehren zu Sprüche 11. Es erweist der Gütige sich selbst Gutes. Jesus hat das so gesagt in den Seligpreisungen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Wenn du wirklich ein barmherziger Mann geworden bist, glückselig bist du, denn du wirst selber Barmherzigkeit empfangen. Wunderbar. Wenn du barmherzig bist, dann wirst du Barmherzigkeit erlangen. Von wem wirst du Barmherzigkeit erlangen? Nicht unbedingt von den Menschen. Das hat Jesus nicht empfangen von den Menschen. Aber von dem, von dem alles ausgeht, der alles in der Hand hat, der der Herr ist, über alles. Er schenkt dir Barmherzigkeit, Gott selbst. Er liebt es. Wenn du, wenn sein Wesen in dir heranreift und Barmherzigkeit aus deinem Leben hervorquillt, dann schaut er auf dich und denkt so, boah, das ist wunderbar, ich freue mich so sehr, ich will ihn überschütten mit Gnade, mit Gutem. Und witzigerweise steht im Epheser 5, wir sind jetzt wieder weggesprungen, aber es steht da, Paulus versucht uns Männer auch zu ködern, wie so kleine Kinder, wir sind ja so wie kleine Kinder, die Frauen brauchen das nicht, aber wir brauchen das. Die Frauen brauchen das auch, die müssen auch geködert werden, na gut, okay, Lydia, wenn du meinst. Also die Männer, da wird in Epheser 5 tatsächlich gesagt, wenn du deine Frau liebst, dann liebst du am Ende nur dich selbst. Du hast am Ende selbst nur was Gutes davon, wenn du dich, ich meine, es gibt dann diese Umformung im Sinne von Happy Wife, Happy Life, aber das ist ein bisschen flach und kurz gegriffen, so einfach ist es nicht, aber Gott versucht uns da zu ködern und zu sagen, hey, Mann, du tust dir am Ende was Gutes, wenn du selbst gütig, barmherzig, wenn du freigiebig bist, okay, wenn du nicht so rumknauserst, wenn du nicht alles für dich hamsterst, okay, hamstern ist ja ein schönes Wort, Hamsterkäufe, wie viel Hamster hast du jetzt schon gekauft? Hamsterkäufe sind genau ein Ausdruck dieses falschen Herzens, dieses grausamen Herzens, was nur auf sich selbst schaut, sich selbst im Blick hat, der freigiebige aber, der ist der Gesegnete von Gott. Es erweist der Gütige sich selbst Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Vers 18, der Gottlose schafft sich trügerischen Gewinn, wer aber Gerechtigkeit sät, dauerhaften Lohn. Hier wieder dieses geistliche Gesetz, das, was du sähst, das erntest du. Also, das, was du tust, es hat Folgen, es hat Konsequenzen. Du wirst die Konsequenzen deines Tuns selbst erfahren, erleben. Und mit dem, was du tust, sammelst du Schätze. Jesus sagt es in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß diese Schätze verderben. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel. Da kann Motten und Fraß kommen, die werden diese Schätze nicht antasten. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen schlage ich es lieber auf. Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Diese Schätze kann dir keiner nehmen. Die bleiben. Das ist das, was hier in den Sprüchen steht. Diese Schätze bleiben. Wenn du Gerechtigkeit als Maßstab nimmst, wenn du sagst, mein Tun soll von der Gerechtigkeit bestimmt und geleitet sein, von der Gerechtigkeit Gottes. Wenn du investierst in Liebe, in Barmherzigkeit, in Güte, dann wirst du am Ende einen Schatz im Himmel haben, den kann dir keiner nehmen, der wird ewig bleiben. Also, Jesus sagt, nimm das richtige Ziel vor Augen, hab das richtige Ziel vor Augen. es geht nicht um darum, in dieser Welt reich zu sein, einen bestimmten Standard zu erreichen, irgendwelche Ziele zu erreichen, Mann oder Frau, Kinder, ein Haus, ein Auto, ein Job, ein Urlaub, eine Yacht, ein sonst was. Es ist zum Brüllen komisch, dass das die Dinge sind, womit in dieser Welt geworben wird. Und es ist furchtbar traurig, dass all diese Menschen darauf anspringen, auch wenn wir darüber lachen, wir springen dennoch drauf an. Wir fühlen uns so schlau und denken, ja, die Werbung, die erzählt uns irgendwelchen Kokolores und in Wirklichkeit rennen wir dahinter her. Wir lachen uns darüber kaputt und trotzdem sind wir an der Angel und konsumieren und konsumieren und konsumieren und suchen unsere Schätze in dieser Welt. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Geschwister, das geht so leicht, dass man die Perspektive verliert, dass man sein Herz und das ist das Wichtigste, was du hast. Haben wir in den Sprüchen gelesen, mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz, auf dein Innerstes. Woran hängt es? Hängt es an Dinge in dieser Welt oder hängt es alleine an dem Herrn und an den ewigen Dingen? Jesus sagt, mach das nicht, sammel dir keine Schätze auf der Erde. Und die Sprüche sagen es, der Gottlose schafft sich trügerischen Gewinn. Es ist vergänglich, deswegen ist es trügerisch. Es scheint Reichtum zu sein, aber weil es vergänglich ist und nicht bleibt, ist es am Ende deine Armut. Du hast den Reichtum für diese Zeit und dann spürst du nur umso mehr die Armut, die danach kommt. So ist es dem reichen Mann ergangen, von dem Jesus berichtet, wie er gestorben ist und dann diesen armen Mann, diesen armen Lazarus, der vor seiner Tür gelitten hat, sieht, wie er voller Freude, voller Frieden in Abrams Schoß ist. Er selber aber unter großen Qualen ist und er hat sein Gutes in seinem Leben gehabt und jetzt lebt ein Qual. Der Gottlose schafft sich trügerischen Gewinn. Er ist vergänglich. Wer aber Gerechtigkeit sät, dauerhaften Lohn. Wenn du Gerechtigkeit aussähst, wirst du etwas empfangen, was ewig bleibt. Philippa 3, Vers 7 bis 9, da steht, sagt Paulus, nee, 3, Vers 7, Entschuldigung, 3, Vers 7 Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Und das ist dieser Moment in seinem Leben, er hat das erkannt, er hat gemerkt, ich renne hier etwas hinterher, ich suche einen Gewinn, ich empfinde, dass ich reich bin und stelle plötzlich fest, all diese Dinge, die mir so wichtig sind, auf die ich stolz bin, all diese Dinge, für die ich gearbeitet habe, für die ich mich reingekniet habe, all diese Dinge, sie sind vergänglich, sie bleiben nicht, all diese Dinge sind nichts wert. Wodurch hat er das gemerkt? Ihm sind die Augen über Christus aufgegangen, er hat plötzlich Jesus gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihm ist aufgegangen, wie viel wichtiger, viel viel größer, wie viel herrlicher, wie viel wunderbarer, es ist, mit Jesus zu leben, mit Jesus zu gehen, da schmeiße ich alles andere weg. Das ist genau das, was der reiche Jüngling nicht getan hat. Wo Jesus gesagt hat, lass doch den ganzen Mist. Tu es weg, mach doch mit deinem Reichtum mal was Gutes und dann komm und folge mir nach. Mach was Gutes, indem du es loslässt. und dann komm und halte mich fest. Und das sagt Paulus hier auch. Er sagt, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen. Er spricht von einer unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Jetzt sagst du mir vielleicht, wenn du hier zuhörst oder zuschaust und dir das irgendwie wie böhmische Dörfer hier vorkommt, irgendwie komisch alles, dann fragst du mich, was ist das für eine unübertreffliche Erkenntnis, unübertreffliche Größe der Erkenntnis des Königs Jesus. Wenn du ihn nicht kennst, wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, dann kannst du das alles nicht verstehen. Dann wird das für dich keinen Sinn machen. Für Paulus hat das Sinn gemacht, weil er Jesus erfahren hat, weil er Jesus kennengelernt hat, weil ihm die Augen aufgegangen sind über wer Jesus ist, dass er der König ist, dass er der Herr ist, was er für ihn getan hat. Er sagt an einer Stelle im Galaterbrief, dieser König, der hat sein Leben für mich gegeben, weil er mich liebt. Und das hat Paulus so geflasht, das hat ihn so umgehauen, dass er gesagt hat, wenn das so ist, dann schwaße ich alles andere weg. Was soll mir meine Heiligkeit, meine Gerechtigkeit, für die ich gearbeitet habe, geschuftet habe, Tag ein, Tag aus, dass ich der Frömmste aller Juden bin. Das hindert mich. Ich will Christus haben, nur ihn. Deswegen sagt er, um dessen Willen habe ich alles eingebüßt und es für Dreck halte. Also es war gar nicht schwer für Paulus. Er hat gesagt, das ist doch alles Dreck, was soll ich jetzt noch damit? wenn du erkennst, dass die Dinge, die dich binden, die dich halten, die dein Herz festhalten, die dein Herz im Beschlag nehmen, wenn du erkennst, dass es Dreck ist am Ende, dann schmeißt es weg. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, das ist mein größtes Ziel, mein ihm gefunden werde, dass ich ihn habe. Aber wie Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst dich entscheiden, welchem Herrn du dienen willst. Und wenn du, wie gesagt, Jesus noch nicht wirklich richtig kennst, dann sage ich dir, heute ist ein guter Tag, um dein Herz für ihn zu öffnen, um ihn zu bitten, Herr, leuchte du mir auf, Herr, zeige mir, wer du bist, so wie Mose. Herr, ich will dich sehen, ich will dich kennenlernen, zeig mich dir, ich brauche diese Offenbarung deiner Güte, deiner Gnade, ich habe dich immer noch nicht verstanden, ich kenne dich immer noch nicht, so wie Wania vorhin gesagt hat, wir kennen ihn noch nicht, da sind wir auch alle, wir lernen ihn immer mehr kennen, aber wenn du noch nicht mal einen Anfang gemacht hast, wenn du noch nicht erfahren hast, dass der Herr gut ist, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist, Gott ist da, er möchte dich beschenken, er möchte dir seine Güte und Gnade zeigen, dafür ist Jesus gekommen, dafür ist er gekreuzigt worden, dafür ist er auferstanden, damit du ihn kennenlernen kannst, durch seinen Heiligen Geist und und dass du auch an diesen Punkt kommst, wo du sagst, was sollen mir die Götzen, was soll mir der ganze Tant, dieser ganze Kram, was sollen mir diese ganzen Götter, was sollen mir diese ganzen Ideologien, die Weltanschauung, diese Ziele dieser Welt, was soll mir das alles? Ich habe einen Gott, der mich liebt und der ein viel größeres Ziel für mich hat. Zurück in Sprüche Vers 18, der Gottlose schafft sich trügerischen Gewinn, wer aber Gerechtigkeit sät, dauerhaften Lohn. Steht einer fest in der Gerechtigkeit, führt das zum Leben, jagt er dem Bösen nach, gereicht es zu seinem Tod. Hier steht auch diese Festigkeit und das ist das, was Gott wirken will in uns, wenn wir mit ihm angefangen haben, er will, dass wir beständig sind, beständig bleiben. Das ist nämlich auch eine seiner Wesenseigenschaften, was wir gelesen haben in 2. Mose 34, da sagt Gott, Gnade und Treue, das gehört zusammen. Die Gnade, das über das Maß hinausgehen, das gnädiglich beschenken, segnen, Gutes tun, über alles Maß hinaus, aber auch seine Festigkeit, seine Verlässlichkeit, er ist treu, du kannst dich auf ihn verlassen, er ändert sich nicht. In Hebräer 13 steht, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, du kannst dich darauf verlassen, er ist derselbe. Sein Wort bleibt, sein Wort bleibt bestehen, er hält sein Wort, er ist ein Fels, niemand ist wie er, du kannst dich auf ihn verlassen und diese Charaktereigenschaft will er in uns aber auch hervorbringen, er will, dass wir in dem, dass wir aus seinem Geist heraus Gutes tun, dass wir darin beständig sind, beständig bleiben. Steht einer fest in der Gerichtigkeit, führt das zum Leben, jagt er dem Bösen nach und das ist im Grunde das Gegenteil. Wenn jemand beständig darin ist, der Sünde hinterher zu laufen, dann wird er am Ende die Frucht davon bekommen. Jakobus sagt das so, die Begierde, wenn sie empfangen hat, was empfängt sie und was bekommt sie dann für ein Kind? Die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist die Konsequenz eines Lebens, eines Herzens, das sich an die Sünde bindet, das sich an die falschen Götter bindet. Und nicht an den wahren lebendigen Gott. Und Gott will uns davon befreien, er ist gekommen, um uns davon zu befreien, aus allen Ketten der Finsternis, um uns in die Freiheit zu führen, dass wir ein Leben führen, das fest in der Gerechtigkeit steht. Noch ein paar Verse aus dem Galater Brief dazu. Das gehört eigentlich auch noch mal zu dem Ganzen, was ich da vorgesagt habe, Galater 6. Hier wiederholt Paulus das geistliche Gesetz, es ist wie ein Naturgesetz, das gilt. Es gilt nicht in einem engen Verständnis, in einem engen Sinne, aber in einem großen weiten Verständnis, wie gesagt, unter Ewigkeitsperspektive gilt das. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Und hier richtet Paulus uns auch noch mal richtig aus. Das ist die Offenbarung des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Es geht nicht sondern dass wir sie aus dem Heiligen Geist heraus tun, aus der Kraft Gottes, ihm zur Ehre und nicht uns zur Ehre, um am Ende ein eigenes Reich aufzubauen. Nein, um sein Reich mitzubauen, um seine Herrlichkeit, um seinen Willen zu tun, um ihn zu verherrlichen. Darum geht es. Wer auf sein Fleisch sät, und das sagt Paulus, weil er selber so ein frommer Typ war, der so intensiv daran gearbeitet hat, ein frommes Reich sich aufzubauen, ein religiöses Reich. Er sagt, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Und das ist jetzt die praktische Seite. Geschwister, das wirkt sich praktisch aus. Du tust Gutes aus dem Geist. Der Geist wirkt in dir, dass du gütig bist und Gutes tust. Dass du barmherzig bist. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Und das empfinde ich im Moment echt als Herausforderung in dieser Zeit. Man wird müde irgendwie. Man wird müde. Lasst uns aber vom Geist wieder erfrischen, dass wir wieder frisch ans Werk gehen, frisch ans Gutes tun gehen. Unter der Ewigkeits Perspektive. Gott, was ist dein Wille? Heiliger Geist, leite mich in die Werke, die du vorbereitet hast, dass ich dich verherrliche. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und das ist diese Beständigkeit. Herr, schenk mir auch Ausdauer, dass ich dranbleibe, dass ich es zu Ende bringe. Herr, hilf mir, dass es nicht bei dem guten Gedanken bleibt, sondern dass es zur Tat wird. Gib du mir durch deinen Heiligen Geist die Kraft, das, was Paulus sagte, in meinem Fleisch fehlt mir das. Ich will das Gute, aber ich tue es nicht. Herr, hilf mir durch deinen Geist, dass ich das auch tue, was du mir Gutes zeigst. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. So wir Gelegenheit haben, dranbleiben, beständig bleiben, nicht ermatten, das ist das, was Gottes Wesen und Gottes Charakter ist und er hilft uns durch seinen Geist, dass wir auch beständig bleiben, fest in der Gerechtigkeit stehen. Vers 20 von Kapitel 11 Sprüche Ein Gräuel für den Herrn sind die mit verschlagenem Herzen, aber sein Wohlgefallen sind Menschen mit untadeligem Wandel. Warum ist das so wichtig, dass Gott oder dass hier der Vater seinem Sohn sagt, ein Gräuel für den Herrn, Gott wohlgefällig ist aber, weil wir unser Handeln beurteilen immer danach, was mir gut gefällt. Oder vielleicht, was meiner Frau, meinem Nächsten, meinem Freund gut gefällt. Was den Menschen gut gefällt. Und wenn es ihnen gut gefällt, dann geben sie mir positive Rückmeldung und lieben mich und bauen mich auf und ermutigen mich. Geschwister, das ist Menschenfurcht. wir fürchten, dass Menschen uns vielleicht nicht mögen und deswegen tun wir alles, damit sie uns mögen. Wenn wir nicht, wie gesagt, so selbst herrlich sind, dass uns das alles egal ist und wir alles nur tun, was mir gefällt. Die gibt es ja auch noch. Aber Salomo will seinem Sohn deutlich machen. Wisst ihr, das Wichtigste ist nicht, was du empfindest, wie es dir dabei geht, was du denkst, was gut ist, was dir wohl gefällt. Das Wichtigste ist auch nicht, was dein Nächster, was dem wohl gefällt, was der gut findet, sondern der Maßstab deines Handelns sollte sein, gefällt es Gott gut? Oder ist es ihm vielleicht ein Gräuel? Davon wird viel in der Bibel gesprochen. Es gibt viele Dinge, wo Gott sagt, das mag ich gar nicht, das kann ich nicht ab. Das finde ich zum Kotzen. Lass uns doch damit beschäftigen, was findet Gott eigentlich nicht gut? Und lass uns selber diesen Geschmack entwickeln in der Seele, dass wir das, was Gott nicht mag, dass wir das auch nicht mögen. Und das, was Gott mag, dass wir das auch mögen. Dass wir unsere Freude daran haben, an dem, was Gott wohl gefällt und dass wir eine Abscheu entwickeln regelrecht gegenüber dem, was Gott nicht gefällt. Und es geht nicht um die Beurteilung von anderen Menschen, sondern um unser eigenes Leben, Geschwister. Dass wir das gut können, mit dem Balken im Auge, den Splitter des anderen zu sehen, das wissen wir alle. Aber hier geht es darum, dass wir das für uns selber lernen. Ein Gräuel für den Herrn sind die mit verschlagenem Herzen oder verdrehtem Herzen. Und hier wird wieder das Herz angesprochen, das Innerste. Es geht um dein Innerstes. Es geht nicht um die äußere Fassade, es geht um dein Innerstes. Aber sein Wohlgefallen sind Menschen mit untadeligem Wandel, die mit ganzem Herzen mit dem Herrn wandeln, die ganz dabei sind. Lass uns da echt von Gottes Wort reinigen lassen. Es geht ihm um alles, ganz, ganz oder gar nicht. Keine halben Sachen, kein laues dahindümpeln. Gott will dein ganzes Herz. Die Hand drauf, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber die Nachkommen der Gerechten entrinnen. Vers 22 haben wir schon gelesen, lesen wir jetzt nicht. Das Begehren der Gerechten in Vers 23 bringt lauter Gutes, aber das Hoffen der Gottlosen Zorn. Das, was innen drin ist, das kommt nach außen. Und wenn dein Herz erfüllt ist von der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, dann kommen da gute Wünsche hervor. Und so sagt Gott voller Vertrauen in seinem Wort im Psalm 37 Vers 4 Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Mit welchem Zutrauen auch Jesus spricht, er sagt, wenn ihr was erbittet vom Vater, wird er euch das geben. Was für ein Freibrief, ein Blankoscheck stellt uns Gott da aus und sagt, wenn du was erbittest, das gebe ich dir. Er hat so ein Vertrauen in das, was der Heilige Geist wirkt, wenn wir wirklich erfüllt sind von der Liebe Gottes, von seinem Geist, dann erbitten wir Dinge, die gut sind, die Gott wohlgefällig sind und die wird er uns nicht vorenthalten. Das Problem ist, dass unser Herz eben oft nicht unser Begehren nicht rein ist, sondern unrein ist, fleischlich ist. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass das Gott nicht immer oder nicht so erhört, wie wir uns das wünschen. Das Hoffen der Gottlosen bringt Zorn. Das, was sich das gottlose Herz erwünscht, erträumt, erhofft, das bringt am Ende Zorn Gottes. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr und einer, der mehr spart, als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Das ist eine irre Geschichte. Wenn du gibst, empfängst du. Wenn du aber sparst, hast du am Ende weniger. Im Moment ist es ja ganz real so. Wir haben jetzt von unserer Bank hier in der Gemeinde von der EKK ein Schreiben gekriegt, dass wenn du irgendwie sie müssen Geld anlegen jetzt bei der Zentralbank und das kostet. Also das Geld, was sie jetzt auf die Bank tun, auf die EZB, dafür müssen sie Geld bezahlen, dass sie dieses Geld dort parken, anstatt dass sie Zinsen bekommen dafür, dass sie das Geld haben dürfen, müssen sie dafür bezahlen, dass sie das Geld dort aufbewahren. Das ist echt schon verrückt. So ist es gerade im Moment. Wenn du ein Sparkonto hast, zahlst du drauf. Aber geistlich gesehen ist es tatsächlich so, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Diese Freiheit des Gebens in allen Bereichen. Gib Liebe weiter und sie wächst. Sie vermehrt sich. Gib Freude weiter und sie vermehrt sich. Teile aus und du bekommst noch mehr. Aber wenn du sparst, wenn du geizig bist, wenn du zurückhältst, du wirst am Ende weniger haben. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute, aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Wir würden sagen, besser wäre doch, wenn hier steht geschenkt. Aber es geht gar nicht bei den Sprüchen immer um dieses über die Grenze gehen. Es geht erst mal in den Grenzen gütig zu handeln, die wir gesetzt bekommen haben. Und das fällt uns oft schon so schwer. Wie gesagt, Hamsterkäufe, wir hamstern. Aber offen zu sein, weiterzugeben, das Gute, was wir haben, auch zu verkaufen. So sehen wir es bei Josef im ersten Buch Mose hatten wir das gelesen. Wer Getreide zurückhält, den verwünscht die Leute. Das ist ein Spekulant, der versucht am Ende noch einen höheren Preis rauszuholen, indem er das Getreide nicht verkauft. Geschäfte zu machen mit Nahrungsmitteln, sowas Böses, sowas Übles. Stattdessen ehrliche Arbeit, ehrlich entlohnt, nicht zu hoher, nicht zu Niedriger Preis für Nahrungsmittel, das ist eine gute Sache. Wer auf das Gute aus ist, sucht Wohlgefallen, wer aber nach Bösem trachtet, über den wird es kommen. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen, aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. Wer sein Haus zerrüttet, wird Wind erben, und der Narr wird zum Sklaven dessen, der weisen Herzens ist. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens, und der Weise gewinnt Menschen für sich, oder gewinnt Seelen für sich. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, der stand im Garten Eden, und Gott wollte nicht, dass wir davon essen. Der Baum, der uns ewiges Leben bringt. Aber hier ist es, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Das ist die Frucht eines Lebens, was Gott geweiht ist, was von Gott erfüllt ist, von Gottes Geist erfüllt ist, das ist die Frucht, der Baum des Lebens. Du kannst davon essen, von dieser ewigen Frucht, die dir Heil und Segen in Ewigkeit gibt. Und der Weise gewinnt Menschen für sich. Und ich sehe das so, Gott hat Petrus berufen, Jesus hat Petrus berufen und hat gesagt, du bist ein Fischer, du fängst Fische, aber du sollst jetzt ein Menschenfischer werden. Lass uns Gott um Weisheit bitten, dass wir Menschen gewinnen, nicht für uns, sondern für Christus. Wenn dem Gerechten auf Erden vergolten wird, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder? Und dazu sagt Paulus, ich glaube im ersten Timotheusbrief sagt er, manche Sünden werden schon hier auf Erden offenbar und manche Sünden werden schon hier auf dieser Erde bestraft, aber manche werden erst später im Gericht offenbar, aber sie werden bestraft werden. So ist es auch mit den gerechten Taten. Manche gerechten Taten bleiben verborgen in dieser Welt und Jesus sagt sogar, wenn du was vorhast, dann mach es im Verborgenen, dass dein Lohn tatsächlich ein himmlischer Lohn ist. Manche gerechten Taten bleiben verborgen in diesem ganzen Leben, sie werden aber offenbar werden in der Ewigkeit. So wird das kommen, so wie Gott es sagt. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Lass uns beten dafür, dass Gott unser Herz reinigt und erfüllt mit seinem Geist, dass gute Frucht wächst aus unserem Leben. Lass uns dafür beten, dass Gott uns hilft, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, die Perspektive, die Ewigkeits Perspektive. Lass uns dafür beten, dass sein Wesen in uns wirklich Gestalt gewinnt. Lass uns damit mit Gottes Wesen und Charakter beschäftigen. Lass uns Gott suchen, dass wir beten wie Mose, Herr, zeig dich mir, offenbar dich mir, ich will dich mehr kennenlernen. Lass uns nicht dabei stehen bleiben, bei dem, wo wir jetzt stehen, sondern dass seine Herrlichkeit, dass sie uns noch mehr aufgeht, seine Gnade, seine Güte, seine Treue, dass sie Teil unseres Wesens, unseres Charakters wird. Und lass uns dann ganz Dinge, die wir tun können, das Gute, was wir tun können, unserem Nächsten, unseren Geschwistern zuallererst, aber auch den Anderen. Jesus, da bitte ich dich drum, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, unsere Herzen vollmachst davon, von deiner Gnade, von deiner Güte. Wir preisen dich für diese Güte, die du uns gezeigt hast, für die Vergebung und Gnade. Hilf du uns, dass unser Herz wirklich erfüllt ist und ganz erfüllt ist von deiner Liebe, dass es ganz neu ausgerichtet ist auf deine Ziele. Herr, lass uns diese Sprüche bedenken, Herr. Lass uns da weiter drüber nachdenken, heute, an diesem Tag und auch in den kommenden Tagen. Lass uns nicht abweichen von dem Weg, sondern hilf du uns, dass wir dranbleiben an dir, an deinem Wort und dass wir ja auch dich mehr und mehr erkennen kennenlernen, dass wir mehr und mehr von dir ergriffen sind, wie du uns auch ergriffen hast, Herr. Das bitten wir dich in deinem kostbaren Namen und dir zur Ehre und danken dir, dass wir das, was wir erbitten auch empfangen, Herr. Amen.